Das ist geil... hoff' ich. Ne, das ist noch nicht so geil. Und da ist der erste Tod. Hm... Ah! Hauptsache wieder ich, ne? Ich finde das echt gut. Gut, dass ich gespeichert habe. Für mich bist du einfach ein Dreckiger-Cheater. Das ist... Ne, ohne Kack, der Nervenkitzel von früher ist er dadurch echt weg. Ja, aber das geht ja momentan, geht's mir ja nicht um diesen Nervenkitzel, sondern einfach um das Ganze zu zeigen. Und wenn man dann hier... Alter, machen die Schaden! Mit zwei HP überlebt. LOL! Loll! Die sind einfach so fucking stark, die Golddrachen, ich sag ja. Dann geht er direkt auf die Golddrachen, nicht auf den Linken. Ne, damit der Linke dann schon tot ist, damit ich mich jetzt... Die Golddrachen halten nämlich auch viel aus, das ist das Problem. Das ist so ein... Das ist wahrscheinlich... Ja, das ist der stärkste Gegner im Spiel. Das ist so krank. Du kannst... Guck, der lebt immer noch! So... Ich weiß auch nicht, wie ich da so gegen ankommen soll, der fistet mich einfach hart. Das stimmt. Weil der macht ja an allen Schaden, ne? Ja, ja, wenn die... die richtige Attacke einsetzen machen, die an allen Schaden. Boah, ist doch krass, ey. Ich verstehe gerade gar nicht, wieso der immer wieder switcht, lädst du direkt drüber oder wie? Ne. Was soll ich denn laden? Boah, fertig. Ja! Ich hatte... Wow. Ein Mann hat eskelatet ziemlich schnell. Ein Mann hat eskelatet ziemlich schnell. Ich habe keine Ahnung, was ich zu sprechen. Keine Ahnung, was ich zu sprechen. Keine Ahnung, die brauche ich nicht mehr. Natürlich weiß ich das. Nein. Optimal. Haben wir doch an meine Aussprache gemerkt, oder? Ach so, doch stimmt. Sehr, I have to be really quickly... Das bringt mir alles nix, davon kann ich mir nicht mal was kaufen. Ich gebe den Tipp, zieh einfach mal die schlechtesten Items an. Guter Tipp. Der lohnt sich ja fast. Ne, ich lasse das jetzt so. So. Okay, damit haben wir jetzt dann schon die Golddrachen gezeigt, die motherfucking Motherfucker Tyler. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den Endboss schaffe. Ich bin ehrlich, ich habe den noch nie besiegt. Hoffentlich nicht. Der lädst du da die ganze Zeit und kriegst du nicht kaputt. Das wünsche ich dir. So, so. So, so. Warum? So tief sind wir schon gesunken. Warum wünschst du mal sowas? Warum? Warum, 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 warum? Weil jetzt 14 Grad in Luxemburg ist. Grad war 11. 11. Ach so. Du wolltest mir noch was in Twitter jetzt posten, sodass ich es lesen kann. Ja, nein. Ja, nein. Heilroll krieg ich ja nicht hin. Dann mach das einfach in zwei Abschnitte. Nein, mach ich nicht. Doch, mach jetzt. Nein. Nein. Ich will aber. Mach das. Dann zieh du das Fenster kurz rein. Nein. Dann filmst du aber die... Ich ruf meine Mama. Dann filmst du erstmal deine Messagebox und... Da ist nichts drin. Ich fände nicht sogar noch die Bilder der Abonnenten. Da ist aber nichts drin in meiner Messagebox. Aber ich finde sowas... Du bist drei Messages. Hä, nein, drittens Messages. Ach so. Depp. Bist so, ein Depp. Du bist so ein Depp. In Skala von 1 bis 10 bist du Depp. Alter, jetzt gehst du zu weit. Okay, Entschuldigung. Das freu dich nicht. Und falls mich noch einige kennen von früher, um mal wieder auf Twitter einzugehen. Nein, ich bin nicht der mit Minecraft. Das war TrueMGay. Ich war... Ich war der, der Manuel Groß rausgebracht hat. Ja. Der warst du. Mann... Ich war auch dafür bekannt, dass ich Invincible war, wie Bruce Willis in... Invisible. Bruce Willis in... Das war so schwachsinnig damals. Ich... Ich fand das sinnvoll. Das war auch sinnvoll. Der Witz ist echt der Burner. Der ist Ultra, der Burner. Irgendwann fehlen dir wieder die Silberdrachen bisher, glaub ich. Mh... Glücksklinge, ey. Vielleicht hab ich Glück ums. Na 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 na. Finde die nächste Treppe. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alter, die geben überhaupt keine EP im Vergleich zu den Drachen. Catnamp, das ist es, glaube ich. Auch nicht. Äh, was war denn das für ein... Ich krieg überhaupt nichts in dem Run hier. Ey, kaum machst du... Betätigt man den Aufnahmeknopf, läuft alles beschissener als bei dir in deinem Leben. Alter, jetzt gehst du mir da zu weit. Warum sagst du denn so was? Ich hab gedacht, du magst das. Es tut mir leid. Kannst du mir noch mal verzeihen. Nein, kann ich nicht. Warum? Kann ich nicht. Warum? Ja, kann ich nicht. Warum? Dein Mull. Vor drei Leveln bin ich gegen so einen Glanzdrachen gerade eben noch fast gestorben. Jetzt drei Level höher, NP, NP, NP. Zirkonenpanzer, der ist es. Auch nicht. Irgendwann finde ich ihn noch mal. Auf jeden Fall, was ist irgendein Panzer, der mir 50, 50. Geht die Zahl in deinen Kopf rein? Nee. 50. Scheiße, das sieht man auch nicht. Was machst du alles? Siehst du oben bei Messages? Nur. Nee. Schade. Ich hab dir eine Nachricht geschrieben und zwar mit dem Inhalt schwul abonniert German Let's Play. Ich dachte, das wird jetzt eingeblendet da oben, sodass du ziehst. Aber jetzt sieht man nur Adjump Let's Play. Aber warum hast du denn überhaupt da oben ein Feld aktiviert, wo Messages reinkommen, wenn du sowieso keine kriegst? Ja, ist nicht so, als ich still heute sagen, schreib mir auf keinen Fall Messages. Leute, schreibt den unbedingt mal bei Twitter an. Ich verkaufe meine Seele. Willst du? Nein. So. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Heilsirup, was kann man sich noch schöneres wünschen, als ein Heilsirup. Das ist ne ordentliche Tube Sirup. Heilendes Sirup. Das ist ne ordentliche Tube, was kann man sich noch nicht mehr machen, als ein Heilsirup. Siehst du, ich hab Tweet-Drag clever platziert. Damit so homos wie du mich in Ruhe lassen. Das bin meine Aufgabe. You only record once. Yoro. Naja, eigentlich recordet man nicht nur once. Hast du das vorhin geschrieben? Nein. Achso. Das habe ich ihm nämlich bei Twitter, hat dein Mull geschrieben. Was ganz clever ist, ich bin ja keine Aufnahme oder so. Nee. Doch nicht. Achso, dann. Ich verstehe auch nicht, warum nur die Aufnahme anders. Aufnahme? Ja. Gut, du bist nicht in der Aufnahme, dann meinst du ja. Geht auf den Kanal YouTube. www.youtube.de 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 Hm, die sind echt lustig. Hahaha, ich kann gar nicht aufhören zu lachen und so viel Spaß macht es gegen die zu kämpfen.